Der erste Kader von Julian Nagelsmann als Bundestrainer wird jetzt dann gleich bekannt gegeben und ich weiß auch nicht wieso, aber ich bin irgendwie komplett hyped darauf. Zunächst mal jetzt auf den Kader, aber dann vor allem auch auf die Länderspiele. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Was den Kader betrifft, gab es schon mehr oder weniger zwei Leaks im Vorhinein. Zum einen, dass wohl Mats Hummels nominiert werden soll und außerdem in Ergänzung dazu, dass von Dortmund sowohl Schlotterbeck, Emre Can und auch Adeyemi nicht nominiert werden. Bei Schlotterbeck kann ich es gar nicht nachvollziehen, bei Emre Can auch nicht unbedingt, teilweise schon. Bei Adeyemi ist es natürlich gerechtfertigt und die zweite Überraschung wäre dann eben die Nominierung von Chris Führig vom VfB Stuttgart, was ich schon sehr kurios finde, aber ich warte jetzt mal ganz kurz, um 10 Uhr soll das veröffentlicht werden und falls er dann dabei ist, spreche ich nochmal darüber. Und da haben wir den Kader für die Spiele gegen die USA und Mexiko und ich sehe hier schon spontan richtig krasse Überraschungen mit Behrens und Andrich, die es so nie gab unter Flick, aber ich gucke jetzt mal von vorne bis hinten durch. Im Tor haben wir natürlich Ter Stegen als Eins dahinter, Leno, Baumann und Trapp. Ja, Leno wieder gute Leistungen bei Fulham, weil er vor allem im Tor agiert und nicht mehr mit Ball am Fuß. Ansonsten Baumann finde ich okay, Trapp weiß ich jetzt nicht unbedingt, wenn man vier Torhüter nimmt, warum auch immer. Hätte ich eher einen Ortega oder so gesehen, aber ich glaube im Tor haben wir jetzt die geringsten Probleme. Da ist Ter Stegen gesetzt, vielleicht kommt noch Neuer, aber das ist jetzt nicht das größte Problem. Wir gehen über in die Abwehr, da haben wir Robin Gosens, Mats Hummels, wie schon erwartet, David Raum, der ja auch wieder verbesserte Leistungen zeigt, Antonio Rüdiger, Niklas Süle ist dabei, Jonathan Tah hat es sich tatsächlich auch verdient mit seinen Leistungen unter Xabi Alonso und Malik Czau muss für mich fast gesetzt sein, der ist Stammspieler bei Milan, bei einem absoluten Top-Club in Italien. Also das die Abwehr, interessanterweise sind das jetzt fünf Innenverteidiger und zwei Linksverteidiger, wobei ein Süle beispielsweise auch rechts verteidigen kann, aber mal schauen, was da noch im Kader kommt. Wir haben zum Beispiel im Mittelfeld Robert Andrich, müsste die erste Nominierung sein. An sich ist es ja verdient, beziehungsweise der Spielertyp ist eigentlich schon jemand, den man brauchen kann in der Nationalelf, vor allem, wenn halt, wie jetzt in dem Fall, Emre Can nicht dabei ist, aber Andrich wohl spielerisch noch ein bisschen stärker. Ansonsten ist er jetzt aktuell nicht unbedingt gesetzt bei Leverkusen, aber vom Niveau her kann ich mir schon vorstellen, dass es trotzdem passt. Das ist halt auch jemand, der zerreißt sich für das Nationalteam und da sehe ich auf jeden Fall kein allzu großes Problem. Julian Brandt ist natürlich dabei, Chris Führig, wie erwartet, finde ich schon ein bisschen sehr überraschend. Klar, er war richtig stark, hat seine Entscheidungsfindung bei Stuttgart in dieser Saison wirklich überragend gebessert, ist jetzt ein wichtiger Spieler dort. Ich finde ihn ehrlich gesagt nicht gut genug für die Nationalmannschaft, aber ganz ehrlich, man kann ihn nominieren. Das ist auch so ein Spieler, der wird auf jeden Fall alles geben und warum nicht, vielleicht klappt es ja, muss ich gleich mal schauen, wer dafür dann eben nicht mitgenommen wurde. Ansonsten ist natürlich Goretzka dabei unter Nagelsmann, Pascal Groß auch, ja, gerechtfertigt. Da muss man auch sagen, das ist einer, der auch Rechtsverteidiger spielen kann. Natürlich in Werstern, aber da muss man mal schauen. Ilkay Gündogan als Kapitän natürlich, Jonas Hofmann, Kimmich sind eigentlich alle klar, genauso wie Musiala, Sané und Wirz. Die müssen alle im Kader sein und sind es natürlich auch. Und dann kommen wir in den Angriff, wo wir eben zunächst mal Kai Havertz und Müller haben. Dann Füllkrug als klassische Neun, der jetzt auch Stammspieler bei Dortmund ist. Ja, Havertz nicht unbedingt der Beste, gerade bei Arsenal, ist trotzdem im Kader. Naja, Müller ist auf jeden Fall für das Mannschaftsgefüge wichtig. Ich glaube, spielen wir da nicht bei der Konkurrenz auf seiner Position. Und dann halt eben die große Überraschung, sage ich jetzt mal, mit Kevin Behrens, der natürlich in den ersten Saisonspielen bei Union richtig stark war. Vor allem halt als Zielspieler mit dem Kopf. Jetzt im Moment waren die Leistungen nicht mehr ganz so gut. Dennoch hat es hier für eine Nominierung gereicht. Ich denke, er wird spielen, weil man ihn austesten möchte. Auch wenn Füllkrug hoffe und denke ich unter Nagelsmann als klare Neun vorne drin gesetzt sein sollte. Und das ist auf jeden Fall ein spannender Kader. Ich muss jetzt mal schauen, wer nicht nominiert wurde. Ist jetzt auf den ersten Moment natürlich nicht so klar. Ein Henrichs fehlt auf jeden Fall, aber der hat sich glaube ich zuletzt verletzt, weil ansonsten müsste der spielen. Ist aktuell einer der formstärksten deutschen Außenverteidiger. Knabry ist natürlich auch verletzt. Und ansonsten, wenn man jetzt mal von den Marktwerten her schaut, wer nicht nominiert wurde, so hat man mit Schlotterbeck und Adeyemi zwei Spieler mit 40 Millionen Euro, die nicht nominiert wurden. Bei Adeyemi muss ich aber wie vorhin klar sagen, da ist es verdient von den Leistungen. Bei Schlotterbeck kann ich es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Klar spielt er jetzt nicht überragend aktuell, aber auch nicht schlecht. Und rein von seinem spielstarren Profil hätte ich schon gedacht, dass er bei Nagelsmann eine Rolle spielen wird. Tut er jetzt erstmal nicht. Das ist für mich glaube ich so die größte Überraschung, was die Nicht-Nominierungen betrifft. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mal so viele Kandidaten, wo man noch drüber sprechen könnte. Ich hätte einen Robin Koch vielleicht auch noch im Kader gesehen von der Eintracht. Aber da wäre dann auch die Frage gewesen, für wen hätte man vielleicht einen Thar streichen müssen, der aber auch gute Leistungen zeigt. Von daher bin ich aber ansonsten eigentlich echt zufrieden mit dem Kader und kann da echt gut mit leben. Ja, genau das wäre dann so mein Fazit auch für den Kader. Du hast jetzt eben mit Hummels einen Rückkehrer, der seit über zwei Jahren nicht mehr in der Nationalelf war. Dann hast du mit Andrich, Führig und Behrens drei Debutanten, die glaube ich auch für das Mannschaftsgefüge echt gut sein können. Und das finde ich auf jeden Fall gute Neuerungen. Der Rest vom Kader ist natürlich recht gleich. Leno ist auch noch ein Rückkehrer, mehr oder weniger, war glaube ich auch lange nicht dabei. Und alles in allem denke ich, dass das auf jeden Fall ein bisschen frischen Wind reinbringt, allein schon vom Kader. Und den Rest muss dann halt eben Julian Nagelsmann selbst im Training, in den Trainingseinheiten erledigen und die Spieler dann optimal für die Spiele einstellen, die ich hier auf dem Kanal natürlich auch wieder begleiten werde. Also freut euch da auf jeden Fall, je nachdem auch Spielberichte oder je nachdem wie interessant, es wird auch auf Taktikanalysen zu den Spielen, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ansonsten schreibt mir gerne eure Meinung zum Kader in die Kommentare. Geht ihr mit den Nominierungen mit? Hättet ihr jemand anderes nominiert, schreibt es gerne rein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.